Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Von euch wurde sich gewünscht, dass ich doch mal mehr Haartutorials mache, da ich auch gelernte Friseurin bin und ich dachte, dann mache ich das heute einfach mal. Deswegen viel Spaß beim Video. Vergesst auf jeden Fall nicht einen Daumen nach oben zu geben und kommentiert irgendwas Liebes in die Kommentare. Und vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und folgt mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Ich werde euch heute zeigen, wie ich mit dem Glätteisen immer Locken eindrehe. Das mache ich auf Arbeit auch ganz gerne, weil die Locken dadurch einfach definierter werden, als jetzt mit der Rundbürste zum Beispiel. Ich habe gar nicht so viel Zeit, weil ich dann noch auf Arbeit muss. Genau, ich mache mir hier erstmal meinen Scheitel. Den trage ich manchmal in der Mitte, manchmal seitlich. Und heute habe ich irgendwie mehr Bock auf seitlich. Dann einmal schön durchbürsten. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist erstmal meine Haare abzuteilen, weil so offen wird das nicht so gut funktionieren. Dafür nehme ich mir jetzt hier erstmal so ein paar Abteilklammern. Ihr könnt davor auch Hitzeschutz reinmachen, wie ihr möchtet. Ich bin der Meinung, es bringt nicht so viel, weil also so ein Spray, wenn so 200 Grad Hitze direkt ans Haar kommt, was soll da bitte schützen? Ja, aber wenn ihr das gerne machen möchtet, dann würdet ihr das auf jeden Fall tun. Ihr müsst auf jeden Fall nur dafür sorgen, dass die Haare vor dem, bevor ihr da mit dem Kletteisen rangeht, richtig komplett trocken sind. Das ist wichtig. Wenn das Haar nass ist und ihr da, oder beziehungsweise noch so ein bisschen klamm, hat das extrem viel Feuchtigkeit in sich. Und wenn ihr dann mit dem Kletteisen drauf geht, verpufft, beziehungsweise verdunstet das Wasser in den Haaren, was da zu viel ist. Und das lässt eure Haare wortwörtlich aufplatzen, explodieren. Also ihr macht damit eure Haare richtig kaputt, deswegen niemals im feuchten Zustand mit dem Kletteisen rangehen. Please. Jetzt kommt das Kletteisen im Spiel. Ich habe hier eins von GHD. Das GHD Gold Kletteisen. Das ist einmal so eine Silikonkappe, damit nichts anbrennt, wenn es noch warm ist. Und dann mache ich das einmal an. Ach ja, genau. Ich müsste vielleicht doch erstmal reinstecken. Genau, jetzt mache ich das einmal an. Und jetzt setzt sich das auf. Bei dem GHD kann ich auch keine Wärme einstellen, weil sich das von selber ans Haar anpasst, sodass halt nichts kaputt geht. Ich glaube, Ionentechnik oder so ist da drin. So. Kletteisen ist aufgehitzt. Und dann fange ich mit der untersten Schicht meiner Haare an. Wichtig ist auf jeden Fall, also so sieht es zumindest am besten aus, dass auf jeder Seite die Locken immer sich vom Gesicht wegdrehen. So sieht das Gesicht so ein bisschen offener aus. Und ja, es sieht proportional einfach ein bisschen besser aus. Deswegen nehme ich mir jetzt hier einmal eine Strähne. Die muss nicht zu dünn sein, aber sollte auch nicht zu dick sein. Ich gehe mit dem Kletteisen so rein. Und dann drehe ich das nach außen hin vom Gesicht weg. Drehe das einmal komplett rum. Und dann ganz langsam bis zur Spitze hin. Rausfäden vielleicht nochmal eindrehen. Und dann ist schon die Locke da. Genau, so einfach geht das. Und das mache ich jetzt einfach mal über den ganzen Kopf verteilt. Genau, auf der anderen Seite drehe ich es dann genau andersrum. Einfach wirklich vom Gesicht wegdrehen. Einmal rum und langsam durchziehen. Genau, wenn ihr durch seid, dann nehmt ihr euch das nächste Abteil. Beziehungsweise teilt es vielleicht nochmal ab. Gut, das ist hier jetzt gerade noch nicht nötig, aber beim oberen muss ich auf jeden Fall nochmal abteilen. Ich nehme das hier nochmal schön durch. Bei der linken Gesichtshälfte dreht ihr das Glätteisen dann quasi auch nach links. Und bei der rechten Gesichtshälfte dreht ihr das nach rechts. Wenn man so von der Seite einträgt, kommt man ja meistens nicht direkt an den Hinterkopf so ein bisschen ran. Und deswegen teile ich mir hier den Hinterkopf nochmal so ein bisschen an der Strähne ab. Gehe dann mit dem Glätteisen ran und drehe das dann wirklich einfach nur nach unten ein. Weil, ja, hinten ist ja nun egal, in welche Richtung sich das eindreht. Weil das sieht halt doof aus, wenn die Seiten gewellt sind. Aber am Hinterkopf ist halt nichts. Wenn da dann noch irgendwelche Glattstrecken sind, sieht das nicht so schön aus. Wenn ihr dann weiter oben am Oberkopf angekommen seid, könnt ihr das Glätteisen auch von oben eindrehen, aber dann trotzdem wieder nach außen hin, vom Gesicht weg. Dann macht sich das ein bisschen leichter. Und wenn ihr so ein bisschen dickere Haare habt und die nicht so leicht ihre Form behalten, wie jetzt meine zum Beispiel, dann könnt ihr auch direkt, nachdem ihr die Locke gedreht habt, mit so kleinen Klammern oder Papillotten oder so, die Locke nochmal eindrehen und feststecken, dass die genauso auskühlt in dieser Lockenform. Dann hängt die sich auch nicht so schnell aus. Also ihr habt jetzt die Locke gedreht. Und dann könnt ihr die quasi nochmal so eindrehen. Und dann quasi so am Kopf nochmal feststecken und dann kühlt die so aus. Und was ich bei den hinteren Strähnen auch gerne mache, ist, dass ich das Glätteisen quasi am Ansatz ansetze und direkt nochmal richtig das Haar hochziehe, dass das quasi ein bisschen Volumen mit einbrennt. Und wenn ihr leichtere Locke wollt, also so eher in die Wellenrichtung, dann könnt ihr auf jeden Fall das Glätteisen auch nur eine halbe Umdrehung umdrehen. Also ihr müsst es nicht komplett eindrehen. Dann werden es halt ein bisschen schwächere Locke. Glätteisen aus. Jetzt ist jetzt Kappe dran und ausstöpseln. So, wenn ihr wolltet, könnt ihr das jetzt schon so lassen. Ich finde es aber ein bisschen schöner, wenn es noch so ein bisschen aufgelockert ist. Deswegen, ja, wenn die ausgekühlt sind, könnt ihr dann mit euren Fingern so ganz leicht durchgehen. Vielleicht nochmal mit den Fingern so ein bisschen nachdrehen. Und damit alles schön hält, noch ein bisschen Haarspray. Und da natürlich auch nicht einfach draufballern, sondern am besten an den Ansatz so ein bisschen gehen und die Locken so ein bisschen hochheben und von unten sprühen. Weil so kommt halt wirklich an jede Locke Haarspray dran. Und so sieht es dann noch ein bisschen aufgelockerter aus und hält auch ein bisschen besser. Und fertig ist die Lockentracht. Ja, ich finde die Locken mit Glätteisen einfach am schönsten, weil die einfach echt schön fallen, schön definiert sind und trotzdem schön natürlich fallen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die jetzt noch so ein bisschen wegstecken. Und, ja, genau. Bei mir hält das eigentlich wirklich den ganzen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn es euch weitergeholfen hat, dann gebt, wie gesagt, auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, ob es euch weitergebracht hat. Ja, und ob es hilfreich für euch war. Oder wie ihr sonst eure Locken immer macht, schreibt es wirklich gerne mal in die Kommentare, weil da gibt es ja mehr als einen Weg. Und, ja, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Folgt mir auf Instagram und auf TikTok. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Ciao!